Wie geht es jetzt wieder los, was eigentlich niemals zu Ende war? Messerattacken gehören ja mittlerweile zum deutschen wie zum französischen Alltag. Dann ab und zu sind sie auch politisch motiviert. Jetzt war das sehr, sehr lange ein Einzelfall. Das sind dann so 20.000 Einzelfälle im letzten Jahr in Deutschland. Und jetzt dreht sich der Wind. Das ist immer sehr spooky, sehr gespenstisch in den deutschen und anderen Medien. Jetzt hat in Frankreich einer zugeschlagen. Das ist sofort, man entdeckt das sofort, eine politische Motivation. Kein Einzelfall mehr. Und hier darf man sich sehr, sehr viele Fragen stellen in Sachen Presse, in Sachen Politik. Nun werde ich nicht mehr los. Die Geister, die ich rief, ist sowieso das Leitmotiv. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer schlimm.